Hallo zusammen hier ist nochmal der Battlestorm X der Modellbo-Loop. Ich hoffe ich krieg die Aufnahme durch ohne viele Versprecher. Aber zuerst mal herzlich willkommen zur Auslosung meines Gewinnspiels 250 Abonnenten. Ich habe ein bisschen was vorbereitet. Hier nochmal die aktuelle Atomzeituhr. Da seht ihr genau, es ist knapp halb 8 am 18. August. Ein Samstag. Ich wollte ja unbedingt verlosen. Auch auf die Gefahr hin, dass ich keine 250 Abonnenten mehr habe am Samstag heute. Aber es haben sich noch zwei drei eingefunden. Haben die ganze Sache sehr stabil gemacht und jetzt bin ich sehr froh, dass ich immer noch 250 Abonnenten habe. Herzlichen Dank dafür. Auf das Gewinnspiel sind schon einiges an Antworten reingekommen zu 99,9 Prozent. Hat alles geklappt. Ihr habt die Codewörter rausbekommen. Wie gesagt, ich war überrascht, dass viele auf das Codewort Hering geantwortet haben, weil das ist ja nun nicht jedermanns Sache so was zu bauen. Und insgesamt haben wir 22 Leute zusammen bekommen, die etwas aus dem Stapel haben möchten. Ich glaube einer war, der hat nichts gefunden. Sorry, vielleicht beim nächsten Mal. Ich denke mal bei 300 oder 333 wird es wieder was geben. Ich habe ja genug hier rumliegen. Und da sind die Interessenten. Ich habe es noch ein bisschen aufgefüllt mit extra Dreh, mit Freilos und mit was weiß ich nach allem. Damit es auch nicht zu flott geht, sagen wir mal so. Und die Spannung steigt und ein bisschen Spaß dabei ist. Haben wir noch ein Fenster vergessen? Ja, genau. Und zwar das Fenster mit dem Glücksrad. So, dann müssen wir Edit machen. Hauen wir dann die Jungs rein. Es gibt ja wie gesagt heute zwei Modelle inklusive Trostpreis. Trostpreis hier unten wollten vier Leute haben. Der Rest steht nicht auf dem Miniator. Aber gut, ich hoffe, es erwischt auch einen mit dem Trostpreis. Sicherlich. Wir fangen wir an mit dem ersten Modell von zwei. Bevor wir dann zum Trostpreis verlosen kommen. Also fangen wir mal an, bevor hier wieder irgendwas am PC zusammenbricht. Also, der Preis 1 geht an. Oh, muss ich noch was drücken? Äh... Autsch! Alles klar, herzlichen Glückwunsch, Mario. Du hast mal ein Plastikschiff gewonnen. Jetzt hast du ein Problem. Kein Holzschiff diesmal. Äh, äh, ein Plastikschiff wird's werden. Äh, achso. So, hab ich vielleicht ganz noch mal vergessen einzublenden. Das ist das... das Video hier, was wir da dazu gemacht haben. Oder ich, äh... Und das Schiff muss dann hier so sein. Genau. Und das geht dann raus an den Mario. Mario schreibt mich an. Über YouTube. Äh... persönliche Nachricht. Und dann... Gib mir deine Adresse und das Ding geht raus. So, und dann machen wir mal den nächsten. Mario lasse ich drin. Der gewinnt aber nicht noch mal. Ich hau da mal drauf und... Wollen wir mal... Das ist das nächste. Das ist das Pony übrigens, gell. Das Pony... Ja, da gibt's auch ein paar Interessenten. Jetzt gucken wir mal, was... Habe ich noch reingeschmissen gehabt. Achso, hier den BMW M1. Passwort, Codewort war Big K. Auch das haben die Leute richtig geschrieben. Herzlichen Glückwunsch. Vielleicht ziehen wir jetzt einen. Äh, dann hatten wir noch... Ah, den Hund. Genannt. Den gehetzten Jagdhund, sozusagen. Vielleicht werde ich heute auch noch los. Also, das Schiff bin ich schon los. Jetzt kommen wir zum Preis 2. Hauen wir mal drauf. Schade, der Hering ist schon weg. Das tut mir leid. Aber... Vielleicht klappt's beim nächsten Mal. Okay. Nochmal Spannung. Na? Na? Wie geht der Hering da? Ich bin, äh, BMW M1. Mit dem Codewort richtig piqué. Herzlichen Glückwunsch. Auch du schreibst mich sicherlich an. Ich geb dir eine Woche Zeit. Kommt keine Mail. Verlose ich das Ding wieder. Ha, 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 brutal war's. Äh, jetzt kommen wir doch zum... Äh, Bonbon. Zum... Preis. Zum, äh, wie sagt man... Jetzt hab ich's vergessen. Scheiße. Trostpreis. STRG-V. Das sind die Interessanten für den Trostpreis. Da tauchen wir mal rein. Das sieht dann so aus. Also, die Miniatüre geht an. Habe ich die hier nochmal? Das war die Schandarge. Genau. Also. Auf geht's. Ja, vielleicht packe ich noch eine Tüte Gras mit rein oder so. Muss mal überlegen. Also. Schreib auch du mich an und schick mir deine aktuelle Handschrift. Und dann wird alles gut. Alles klar. Herzlichen Glückwunsch an alle Gewinner. Äh, und die anderen nicht aufgeben. Äh, es gibt demnächst wieder mal eine Verlosung. Schön Werbung machen für den Kanal. Ab und zu mal drauf hinweisen oder einen Link reinsetzen. Dann soll's auch werden. Wenn ihr mir natürlich noch einen Tipp habt, wo ich, äh, auf welcher Plattform ich vielleicht meinen, für meinen Kanal Werbung machen soll, dann schreibt mir das einfach rein. Und ansonsten hoffe ich doch, wir sehen uns beim nächsten Video. Äh, diesmal wieder dann oben, äh, im Schmelztiegel oder unter dem Dach. In dem, äh, in der Sauna, ne. Also. Modelle habe ich genug und, äh, eine News-Folge kommt heute glaube ich auch noch. Also in dem Sinne, bis bald. Wir sehen uns und, äh, nochmal Glückwunsch an alle Gewinner. Tschau, tschüss, euer MetalStorm, der Modellballhub. Bye. Aaargh... Äh... ... Vielen Dank.